Ingrid Steger, eine herausragende Schauspielerin mit einem tragischen Lebensweg, hat das deutsche Unterhaltungspublikum über Jahrzehnte fasziniert. Ihre Reise war von Höhen und Tiefen geprägt, die einen tiefen Einblick in die Herausforderungen der Unterhaltungsbranche bieten. Ingrid Steger, geboren am 1. April 1947, erlebte eine Kindheit geprägt von Turbulenzen und Herausforderungen. Aufgewachsen in Berlin, Deutschland, musste sie sich früh mit den Wirren der Nachkriegszeit auseinandersetzen. Ihre Eltern, die die Schrecken des Zweiten Weltkriegs überstanden hatten, prägten ihre Kindheit mit ihren Erfahrungen und Überlebensstrategien. Die familiäre Situation war nicht einfach, und finanzielle Schwierigkeiten belasteten das tägliche Leben. Trotz der Widrigkeiten entwickelte Ingrid schon in jungen Jahren eine lebhafte Fantasie und eine unerschütterliche Leidenschaft für das Theater. Der Besuch von Schulaufführungen und die Teilnahme an lokalen Theatergruppen ließen ihre Begeisterung für die Schauspielerei aufkeimen. Ihre frühen Jahre waren geprägt von Träumen, die über die Grenzen der bescheidenen Verhältnisse hinausgingen. Der Wunsch, in die Welt der Schauspielkunst einzutauchen, trieb sie an, trotz der Widerstände, die in ihrer Kindheit präsent waren. In den späten 1960er Jahren erlebte Ingrid Steger ihren bahnbrechenden Moment in der Welt der Schauspielerei. Ihr Talent und ihre Hingabe führten dazu, dass sie die Aufmerksamkeit von Filmproduzenten und Regisseuren auf sich zog. Ihr Debüt auf der Leinwand war der Beginn einer glanzvollen Karriere. Ihr Durchbruch erfolgte mit einer bemerkenswerten Rolle in einem bedeutenden Film, der nicht nur ihre schauspielerische Vielseitigkeit zeigte, sondern auch das Publikum fesselte. Der Film, dessen Titel bald in aller Munde war, katapultierte Ingrid Steger in die Riege der vielversprechenden Schauspieltalente. Die positive Resonanz auf ihre Darstellung eröffnete Türen zu weiteren Filmangeboten und öffnete den Weg zu ihrer Teilnahme an erfolgreichen Fernsehproduktionen. Ingrid Steger wurde zu einem festen Bestandteil der deutschen Unterhaltungslandschaft, und ihre Popularität stieg stetig. Mit ihrem charismatischen Auftreten, ihrer Fähigkeit, verschiedene Rollen zu verkörpern, und ihrem einzigartigen Stil festigte Ingrid Steger ihre Position als eine der führenden Schauspielerinnen ihrer Generation. Ihr Durchbruch war nicht nur ein beruflicher Meilenstein, sondern auch ein Wendepunkt in ihrem persönlichen Leben. Die Jahre nach ihrem Durchbruch waren geprägt von einem stetigen Anstieg ihrer Bekanntheit und einer wachsenden Fangemeinde. Ingrid Steger wurde zu einem Synonym für Talent und Charme, und ihre Präsenz auf der Leinwand fesselte die Zuschauer, die gespannt darauf warteten, was sie als nächstes in petto hatte. Ingrid Stegers Karriere war ein faszinierender Mix aus Höhen und Tiefen, die die Dynamik der Unterhaltungsbranche widerspiegeln. Nach ihrem beeindruckenden Durchbruch erlebte sie eine Phase des Aufstiegs, die von Erfolgen und begeistertem Publikumszuspruch geprägt war. Ihre herausragenden schauspielerischen Leistungen und die Fähigkeit, sich in verschiedenen Genres zu bewegen, katapultierten sie zu einer begehrten Schauspielerin. Sie erntete Lob für ihre Vielseitigkeit und die Fähigkeit, sowohl in dramatischen als auch in komödiantischen Rollen zu überzeugen. Dieser Höhepunkt ihrer Karriere spiegelte sich in einer Reihe von Filmprojekten wider, die nicht nur kommerziell erfolgreich waren, sondern auch kritische Anerkennung ernteten. Jedoch blieb der Erfolg nicht ohne Herausforderungen. Die Filmindustrie ist bekannt für ihre Unbeständigkeit, und Ingrid Steger erlebte auch Phasen, in denen die Rollenangebote zurückgingen. Die Herausforderung, relevante und anspruchsvolle Rollen zu finden, war eine Realität, mit der sie konfrontiert wurde. Dies markierte den Beginn einer Phase der Unsicherheit in ihrer Karriere. Trotz dieser Tiefpunkte kämpfte Ingrid Steger weiter und zeigte ihre Widerstandsfähigkeit. Sie suchte nach neuen Möglichkeiten, experimentierte mit verschiedenen Genres und Plattformen, und versuchte, sich den wechselnden Anforderungen der Branche anzupassen. Diese Phase der Anpassung und Neuorientierung war entscheidend für ihre Weiterentwicklung als Künstlerin. Die Tiefen ihrer Karriere wirkten sich nicht nur auf ihre berufliche, sondern auch auf ihre persönliche Ebene aus. Der Druck des öffentlichen Lebens und die ständige Suche nach neuen Herausforderungen führten zu Momenten der Selbstreflexion und Entscheidungen, die ihr Leben in unerwartete Richtungen lenkten. Insgesamt spiegeln die Höhen und Tiefen von Ingrids Stigers Karriere die Komplexität der Unterhaltungsindustrie wieder. Ihr unermüdlicher Einsatz und ihre Bereitschaft, sich den Veränderungen zu stellen, machen ihre Geschichte zu einem fesselnden Kapitel in der Welt der deutschen Schauspielkunst. Das Leben von Ingrid Steger war nicht nur von beruflichen Erfolgen, sondern auch von tiefgreifenden persönlichen Herausforderungen geprägt. Hinter den Kulissen ihrer glanzvollen Karriere verbargen sich private Kämpfe, die einen Schatten auf ihr öffentliches Image warfen. Eine dieser Herausforderungen war ihre tumultartige Beziehungsgeschichte, die oft in den Klatschspalten der Medien endete. Ingrid Steger stand im Zentrum von Beziehungsdramen und persönlichen Turbulenzen, die nicht nur ihre emotionale Gesundheit beeinträchtigten, sondern auch das Bild, das die Öffentlichkeit von ihr hatte, beeinflussten. Gesundheitliche Schwierigkeiten trugen ebenfalls zu den persönlichen Herausforderungen bei, die Ingrid Steger konfrontierte. Der Druck des Showbusiness und die ständige Anforderung, körperlich präsent zu sein, hinterließen Spuren. Gesundheitliche Rückschläge forderten nicht nur ihren Tribut an ihrer körperlichen Verfassung, sondern beeinträchtigten auch ihre Fähigkeit, kontinuierlich in der Filmindustrie zu arbeiten. Die Balance zwischen dem öffentlichen Druck und dem Wunsch nach Privatsphäre wurde zu einer konstanten Herausforderung. Die Grenzen zwischen dem öffentlichen Bild und dem realen Menschen verschwammen, und Ingrid Steger fand sich oft im Spannungsfeld zwischen den Erwartungen der Öffentlichkeit und ihren eigenen Bedürfnissen. Diese persönlichen Herausforderungen warfen die Frage auf, wie Künstlerinnen und Künstler mit dem Preis der Berühmtheit umgehen können. Ingrid Steger versuchte, diese Balance zu finden, aber die Herausforderungen des öffentlichen Lebens hinterließen tiefe Spuren. Trotz dieser persönlichen Herausforderungen zeugt die Lebensgeschichte von Ingrid Steger von ihrer inneren Stärke und ihrem Durchhaltevermögen. Die Fähigkeit, sich trotz persönlicher Rückschläge immer wieder aufzurappeln, ist ein bewegendes Kapitel in ihrem Lebensbuch.